So, das war's also Cosmic Radio hier direkt. Junge, 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 das war wirklich total spannend auch. Man kann natürlich auch viele Sachen sehen, die im Universum passieren. Dazu ist das Universum ja ziemlich da. Vielen Dank fürs dabei sein dürfen. Ja, genau. Man guckt immer so ein bisschen. Ja, ich hab auch mal so ein Silberblick von wegen, äh, wie sieht denn, oh und so, aber... Ja, es ist cool, natürlich. Ja, ich rasier das, tut mir leid. Gelingt Wart von Shelton. Von Shelton. Gelingt Wart von Shelton ist eigentlich die beste Verwirrung von allen. Bitte sehr. Und vielen Dank nochmal für diesen tollen Artikel aus der Zellischen Zeitung. Das war's. Danke. Tschüss. Für die Welt, für das Leben und für sich selbst.